Sie ist wieder da, so kommentierte der in Neuwied gastierende Zirkus Krone die Heimkehr von der Elefantendame Kenia. Am 6. Juni war der tierische Ausreiser im Stadtteil Heddesdorf unterwegs. Amateuraufnahmen aus einem Auto dokumentieren den ungewöhnlichen Spaziergang des Elefanten. Die Tierpfleger des Zirkus hatten das Verschwinden des afrikanischen Elefanten bemerkt und diesen zurück zum Zirkusgelände geführt. Hierfür musste eine Straße kurzzeitig gesperrt werden.